Mein Name ist Judith Liebetrau und ich leite am Fraunhofer IDMT hier in Ilmenau den Geschäftsbereich Industry Media Applications. Ich möchte allen Mitarbeitenden unter Geschäftsführung des IMMS ganz herzlich und kollegial zum 25. Jubiläum gratulieren und mich für die tolle Zusammenarbeit bedanken. Mit dem IMMS verbinde ich zum Beispiel die hervorragende Kooperation im Projekt Stadtlärm. Dafür ist unser anderem dieser Senderprototyp entstanden. Dafür hat das IMMS die Softwarebasisplattform inklusive der Audiodatenverfassung realisiert. Und auch wenn der Aufbau hier vielleicht ein wenig abenteuerlich anmutet, hängt doch mittlerweile seit 2018 in Jena mehr als 15 Sensorkästchen für eine intelligente Lärmpegelmessung. Damit werden Lärmquellen analysiert, klassifiziert und in Raummodellen veranschaulicht. Ich freue mich auf eine weiterhin so freundschaftliche und professionelle Zusammenarbeit in direkter, angenehmer Nachbarschaft.